So, jetzt habe ich ein wenig den Ausschnitt markiert, komm mal, innerhalb dessen ich ein Stenner Video machen möchte. Dabei spreche ich und forme meine Gedanken beim Sprechen. Diese Übung kann ich jedem empfehlen, der seine alten Stenokenntnisse auffrischen möchte. Wenn wir so Stenografie in der Community praktizieren, dann kommen wir bald alle auf ein sehr hohes Niveau. Lasst es uns einfach mal versuchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.